bei uns die kommen von da oben wir sammeln da sammler aktuell 27 seht ihr die sammler auch die 27 und sammeln maximal ziehen auch ist ja logisch auch die siedler und da die von da kommen schaue ich gleich mal was da los ist immer weiter vor die kämpfe nicht mehr zusammen aber ich kann auch nicht dann können wir stehen bleiben aber es ist jetzt viele was ist das meine kann schön nicht schön schön da oben befreit die doch 5 die männer so jetzt den wunderschönen wunderbar jetzt greift einfach das ja nicht und befreit die doch befreit die doch endlich so komm lauf hin lauf hin lauf hin du kleiner ja jetzt schnell befreit hab ich jetzt gleich den Erfolg komm ja alle siedler ich hab's geschafft das freut mich jetzt geht's doch allmählich wach runter bei denen ihr könnt mir nicht weiss machen dass die ewig überleben könnten ja doch könnt ihr sogar indem ihr hier einfach neue sochen aufbaut mein mikro war gerade total einmal nein muss ich nachher nochmal schauen ob ihr mich überhaupt verstanden habt es ging so komisch weg mhm heilt 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 hoffentlich nicht die Gegner du heißt hier bitte auch noch jetzt äh nicht gut gar nicht gut was soll das jetzt woher bekommt ihr eure drei milliarden einheiten eigentlich was hab ich hier eigentlich noch nicht wirklich sinnvolles mhm ja ein priester hab ich noch geht schlafen genau wie eure häuser die jetzt platt gemacht werden ma haha finde ich klasse auch wenn ich von hinten angegriffen werde das stört mich jetzt nicht allzu viel ja da stehen oben noch welche von denen die gelben kann ich nicht kaputt machen ja bleibt doch stehen mhm gut 10 noch kaputt machen zerstört die kasane dann schaut schlecht aus für die gegner sehr schlecht ähm dann bleibt nur noch das gebäude und hier noch ein paar häuser aber mit häusern allein können die wenig anfangen meine ich marktplatz wurde auch vernichtet dass die briten sie besiegt das lager gehört uns endlich sie haben gewonnen eigentlich wurde auch zeit also mein mikro war gerade echt sehr seltsam kolonien trümmern deshalb weiß nicht ob ihr mich verstanden habt ich jetzt mir noch warum sollten britische soldaten ihre eigene kolonie angreifen wo ist mein onkel sie nahmen ihn mit richtung norden die angriffe war nur ablenkung erst haben sie die truppen von der siedlung weggelockt und dann angegriffen aber warum stuart ich weiß warum der zirkel meine familie hat mächtige feinde dann sind mein stamm und meine schwester vielleicht auch in gefahr wir müssen zurück nach neu england okay ja was habe ich nun anpassen ich kann wieder irgendwas machen das haben wir hier ach ich kann das gebäude auch noch weiter was so habe ich ja schon da brauche ich mal so eine fahne hin neue karten was reicht es dafür einer selten erhöht die angriff stärke und lebenspunkte von john black und kennengeler möglich kennengeler zahme wölfe auszubilden naja mörser kanonen musketen brauchen wir ja dann würde ich sagen war es das jetzt mal wieder mit der aufnahme und bis zum nächsten mal tschau und bis zum nächsten mal tschau